So, da sind wir wieder herzlich willkommen. Wir haben zwar jetzt nachgeguckt, aber eigentlich sind wir im Prinzip selber drauf gekommen, weil das Video, wo wir uns als Beratung angeguckt haben, war eigentlich bloß ein Satz unten drunter gestanden, dass irgendwas im Bild ist. Mit den gehengten Frauen, das Bild, ja. Genau, das mit den gehengten Frauen. Und das können wir ja eigentlich jetzt hier selber mal schnell nachgucken. Ja genau, there is something about the picture. Und da unten sind halt dann genau die Schlüssel im Bild. Und da müssen wir jetzt den scheiß Raum finden. Die Schlüssel haben wir wohl gemerkt, tatsächlich, ich selber gesehen. Das sind Gitter. Eins, zwei, drei. Und nochmal der Gitter. Ja, aber das ist guck ich gegenüber, oder? Also halt die andere Wand. Es gibt doch nur einen Raum, der so zerfickt ist. Der so zerfetzt ist. Also wir wissen noch nicht ganz genau, welcher Raum das ist. Deswegen, wie gesagt, wir haben das selber dann herausgefunden. Da wo das Schwein ist. Also soll ich jetzt in den Keller runter? Ja, geh mal, da wo das, also das ist ja kein Keller, aber das Erdgeschoss da. Da wo das Schwein ist. Ja. Da war, da war das so ein zerfetzter Raum. Ich bin ja unten sogar. Ja. Aber ich glaub auf der freitenden Seite, ne? Das macht ja nichts. Also hier sind auf jeden Fall immer Gitter. Du bist bis jetzt in der Schweinefreizone. Ja. Wo das Schwein ist, da muss das sein. Wo das Schwein jagen. Da, da, ach doch, ja, da. Genau. Das hier. Da muss das sein, ja? Seid ihr euch sicher? Und die schauen, und die schauen auf die Gitter. Ja, ja, schon. Ne, da sind aber... Da ist die Tür. Und da sind die Gitter. Da sind doch gar keine Gitter. Doch, da hinten. Wo sind denn der Gitter? Das ist doch so. Achso, ja, tatsächlich. Ja, versuch einmal da zu gucken. Das müsste ja dann rechts irgendwo sein. Das ist aber nicht der Raum, das glaub ich nicht. Ich glaub, das ist der beim Schwein war der Raum. Ach, ne, kann ja nicht. Das ist ja eigentlich auch ein Schweineraum. Hier hat mich das Schwein schon tausendmal durchverfolgt. Okay. Dann ist das auch der Raum. Geh mal, geh mal, geh mal die ganzen Frenke ab und dann. Das ist der Schwein wieder versorgt. Vielleicht ist das der nächste Raum, ey. Pass auf. Da ist der Schwein. Ja. Da ist der Schwein wieder versorgt. Was? Was ist die Gitter? Was ist die Gitter? Der Fion hat sich jetzt da. Da ist es. Fotografiert. Fotografiert. Dreh dich mal so schnell um. Fotografiert. Ja, ich glaub das tuch. Da ist es. Mann, das hat er. Oh, das ist zu uns. Das hat mich voll gefickt. Ich weiß, du stehst drauf. Das klingt jetzt im Spielen-Kalter. Komm mal, komm mal, komm mal. Nein, das ist gut. Aber es müsste ja in diesem Raum dann tatsächlich dieser Schlüssel irgendwo. Das läuft dahinter. Jetzt ist hier aber auch keine Müll mehr hier. Ja, ja. Wir kommen gleich durch. Ne, das nicht, aber... Ich bin... Buggy. Und jetzt sind das? Das ist ein Buggy. Das ist gruselig. Nein, ich glaub nicht, dass es der Raum ist. Ich dachte, es ist der. Der hundertprozentig ist, das ist der Raum. Ihr seid doch solche vollfassen. Da ist die linke Wand offen. Und da ist oben die Wand auch zerbrochen. Das stimmt allerdings. Scheiße, ihr habt echt recht. Oh, da ist ein riesen Tisch drin. Und an den Tisch ist das. Geschichte. Da muss das ja echt... Der Raum hier sein. Ja, da ist die Wand. Schau. Die schauen da drauf. Ja, ich glaub, dass der Winkel nicht stimmt. Das ist schon richtig, was der Basti auch denkt. Aber es ist ja eigentlich der Blick auf die Gitter vielleicht. Aber es muss ja irgendwo... drauf liegen. Liegt ja bestimmt nicht am Boden. Das liegt bestimmt auch der Kommode noch drauf. Wenn du echt meinst, hier so der andere Raum, dass sie da auch den Blick so raus hatten. Was heißt, der einfach hier irgendwo am Boden liegt? Weil eigentlich... Es steht ja nichts mehr so, wie es... Ja, war. Gute Idee übrigens. Wenn du mal hochguckst oder so, dass das vielleicht... da... Ach, da ist der Scheißschlüssel. Jawoll. Endlich. Leck mich am Arsch. Jetzt schnell. Gut, der wird oben für den Schrank sein. Genau. Soll mal die alte oben platt. Muss man natürlich hier in dem Video auch erwähnen, dass wir gesehen haben, dass man den Geist oben besiegen kann. Indem man ihn einfach in den Rücken fotografiert, weil er da hinten voll hat. Zwar beim Gesicht und dann... Oder damals... Soll ich jetzt extra den Geist suchen, um mir zu gucken, dass ich... Nicht zwingend, aber... Hinter dir. Ja. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um jetzt. Und wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da schnappst du direkt wieder? Kann sie so ab oder sein? Das geht's ja nicht. Die musste tatsächlich von hinten bleiben. Jetzt! Ich müsste irgendwie hinter sie kommen dann. Das ist aber gar nicht so einfach. Geht so. Da rechts raus. In der Wand hängt sie drin. Die kann nicht durch die Mühe durch. Die kommt durch die Mühe durch. Ja klar. Ja. Aber so schnell kann ich ja nicht abdrücken. Dass sie irgendwann mal von hinten erwischen. Das ist normalerweise genau hinter dir. Die kommt immer wieder da. Komm ich lock die jetzt mal ein bisschen kurz hierher. Das ist schon fies, ne? Das ist echt fies. Aber da hättest du es geschafft, dass sie sich mit der Fliege fliegt. Der Controller hängt! Der Controller hängt! Hältst du, hast du Glück gehabt? Hältst du, hast du Glück gehabt? Ja, die hängt zu achten. Hältst du dich aus der Region? Die taucht wieder den Raum auf. Quase! Alter! Ja, ja. Die langert jetzt da rum und kann sich erstmal nicht, weil diese Fliege flasht. Die kann doch nicht runter, weil die Treppe da ist. Da kommt sie. Die ist immer genau auf der anderen Seite. Wenn du die Gefäße da hast, dann verschwindet sie auf der anderen Seite. Und dann verschwindet sie auf der anderen Seite. Und dann musst du die wischen. Gäuße! Boah! Boah! Hier ist es auch. Ja, du lasst sie gut sein. Ja, du kommst hier zum Frauen. Die Frau zu fertig ist, deine Tante. Jetzt. Die Frau zu fertig ist, deine Tante. Vergehst du. Andere Seite, andere Seite. Wie schnell! So schnell bist du ja gar nicht. Ja. Der andere hatte das Glück, dass sie da einfach nur im Rücken zu ihm stand. Ja, ja. Wahrscheinlich hätte man sie in einem Raum... Ach, wie schnell, Mann! In einem Raum, wo sie gefuttert hat, weißt du. Da hättest du wahrscheinlich von hinten fotografiert. Stimmt. Aber ich habe sie doch fotografiert. Alter, geh weiter, Mann! Entschuldigung, ich unterhalte mich gerade, Mann! Entschuldigung, wie alt ist sie? Oh, rechts also. Wieso muss ich jetzt so schnell nach hinten fahren muss? Die ist so schnell ab und zu. Rechts, 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 hinter dir! Ja, ich habe doch gesagt, Dreh dich oben! Jawoll! Wir zeigen das jetzt nochmal ganz kurz. Die ist schon wieder da, gell? Echt? Ja, ich habe den Sound gehört. Du hast den Sound gehört oder hast du es gesehen? Ja. Ne gesehen, ich habe den Sound. Ja. Ja. Da kann man sie auch da. Ah, get info. Songling. Die Infos haben wir nicht wie ihr. Ne, irgendwie... Entweder bin ich zu blöd oder... Get Infos, ah. Ja, ich sehe. Ja, ich wollte, dass es bloß wäre. Funktioniert nicht. Und das andere? Die anderen unten? Ich habe alles ausprobiert. Sie ist doch gerade da jetzt, oder? Wurscht, ich such jetzt dann schnell den Raum. Ihr habt doch auf jeden Fall gesehen, dass wir... Ich bin doch eigentlich jetzt schon fast einem zu weit, oder? Ne, eigentlich bin ich nicht zu weit. Da wo die Hacke davor hängen. Ne, was war denn das für ein Raum? Eigentlich muss ich doch bis zu dem... Bis zum Ende laufen. Das war nicht. Hör uns jetzt nochmal... Oh. Der dringt gerade... Der dringt gerade so weit. Und der dringt gerade so weit. Hör uns jetzt nochmal einen kratzen. Hör uns jetzt noch mal kurz... Die da ist es. Nee. Also jetzt bin ich echt... Zurück? Nein, ich laufe jetzt einfach mal im Kreis. Irgendwann mal kommt die Tosi wieder. Wenn sie noch kommt. Die ist jetzt echt weg. Ich glaube die ist echt weg. Da, links. Hier. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich auch da drin. Tatsächlich. Jetzt können wir weiter gehen. Jetzt wird es sich dann zusammen. Jetzt Jungs, jetzt geht es weiter. Oh, was ist das? Eine Schranktübe. Nein, nein, nein. Weil sie mich so schön anbächeln. Ist hier irgendwas interessantes. Ist tatsächlich irgendwie über Brücken angezogen oder was? Oder ist das so ein Theater? Aber irgendwie ist die Musik halt immer noch... Oh, da ist eine Rewe oben. Sieht man die auch ohne? Das ist Psycho. Ich glaube die hängt tatsächlich da, ja. So ein richtiger Psycho. Ich guck mich jetzt trotzdem mal. Weil die Musik halt, wie gesagt, immer nachher ist. Aber ich denke das liegt halt daran, dass die Tür einfach da ist. Naja. So weit denkt das Spiel halt leider nicht. Also. Eine Krippe. Oh oh. Jetzt geht es gleich wieder ab. Jetzt kommt wieder irgendein neues kleinen Monster. Das ist ja hübsch. Wo? Ein Schirmfliegerwolf. Ich fliege. Wie krank, Alter. Und jetzt? Das ist so sehr festig. Wo du gerade hier bist. Arbeit, Mann. Ich hab doch nicht aufgeregt, Junge. Ein Schirmfliegerwolf, was sie sagte? Ja. Na der, 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 der links. Ruppen. Oder nicht? Oh, der ist ja gerade... Der will dir doch nur die Frage. Ich will dir dass die ganzwie wir coughetzen. Das ist ein Drehfall. Das ist ein Drehfall, ja. Oh ja, das wird schon schwarz. Das ist verstanden. Wieder weg, wieder weg. Andere Ecken wieder umgekehrt. Pass auf die Schere auf oder so. Die ist so. Nur da. Wieder weg. Mal steigen mal. Alter. Nochmal. Nein, 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 verschwindet. Schlepp, schlepp. Die beiden sind saustürender als die anderen. Ich glaube ich habe es geschafft. Nein. Nein. Schätzelein, lauf weiter. Ey Schnucke. Nein. Er hat mich erwischt. Wo hat das Spiel gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir ja wo wir hinten wissen. Ja, der Endboss. Ist ganz schön fies, wenn du den scheiß Wichser nicht siehst. Aber jetzt sehen wir den. Sie sehen, wo ist es so cool? Ich bin dran. I can't believe in all the rain is gone. Bright, 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 bright the sunshiny day. A red vignette indicates that a supernatural entity is nearby. Hm? Yeah, you can go around. So actually it says to you that you don't drive in the red vignette. Oh, you're going to be in the netten film. I don't have a Drucker. I'm going to go. You're finished, man. Well, there's nothing. There was there. There was really there? There is nothing. But there is no other stuff. No, that doesn't matter. There's something evil, the guy is like. That's true. Oh, that's not the best stuff. Yeah, that's not a release. That's not the best stuff. I believe I must have a couple of photos of his. Oder? Kann sein. Und jetzt sieht die ihn auch so, ne? Ja gut, da ist er wieder. Okay, jetzt haben wir ihn raus und was machen? Erst 10, umdrehen, roto. Wie viele Röllchen. Das erinnert mich an Project Zero, das Spiel, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, du musstest doch gleich so cooles Spiel. Weil das nicht Silent Hill, ne? Stimmt ja. Laufst du in die Klippe? Ja, du bist ja da. Dieses Schleppchen im Schieb. Oh! Boah! 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 Jetzt liegt das nicht, bitte. Ne, ne, das sind wir nicht. Das kommt schon mal. Ja, die hat vorher auch schon mal richtig gehabt. Also. Boah! Der ist echt schnell. Boah! Jetzt wird er unbedingt die Haare schneiden. Bist der wie? Halt die Klappe! Boah! Der ist für Psycho jetzt! Der ist für Psycho jetzt! Der ist für Psycho! Glaubst du, der kann nicht durchwenden? Und so. Ich glaube nicht, dass der gerade hinter mir auftaucht. Boah! Das sieht voll schön aus gerade so. Ah, die Klappe. Boah! Das ist schön aus, wenn sie da liegt. Boah! Ja! Boah! Ich habe kein Feeling, scheiß Homos. Aber ich glaube, die Ecke stellen es am Anfang nicht gut. Wir mussten drei, viermal erwischen. Ich möchte mich hier von... Den Huwes abhängen. Nein! Also ich möchte mich hier natürlich bei allen Homosexuellen entschuldigen, weil das ist ja so gut gemacht. Du musst hier ein paar Mal rufen. Ich will das nicht schimpfen. Dass du das Licht davon fotografieren musst. Aber... Ist da noch ein Kind? Ja, das war manchmal. Ja. Ist das der Zeit? Oder? Noch mal kurz. Hm, hm. Lass mich jetzt mal an meine Taktik benutzen. Also wieder. Jetzt ist er hinter dir. Ich habe dich. Bist du eine Vegan? Ich habe mich jetzt beim letzten Mal gesehen. Ja, beim letzten Mal. Sag mir mal das letzte Mal. Ja, beim letzten Mal. Sag mir mal das letzte Mal. Da, siehst du, wie das Hauptdruck geht dann hier auf. Das war die... Bist du denn? Hier? Das ist ja so richtig. Okay. Wo wird man muss sich eine Ecke stellen? Das war nach 5 Mal. Jetzt ist sie wieder da. Gut. Ich habe sie nicht gesehen. Mach's gut. Da ist es 9 Mal. 5 Mal. Wenn der zur朝 abgeben... Dann muss man sie einنzen. Was auch. Auf. Beweg dich. Was ist das Sonst hinter dir auch was los. Das ist das Psycho, Alter. Du hast jetzt nämlich ewig Zeit. Na, 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 jetzt geht sie auch. Vorsicht, komm doch mal. Das wird jetzt nicht sehen. Was ist das? Sechs, Mann. Das ist doch immer noch für die Kinder. Das ist so wie eine Kale jetzt. Weißt du das? Ja. Für die schlechte Grafik hätte ich gut gemacht. Nein, überhaupt nicht. Alter. Das war jetzt gar nicht einfach. Ja, das weiß ich nicht. Steuungstechnisch fand ich es gar nicht so. Ja, das war super. Oder nur einfach zu spielen. Ja, das war super. Und dann ist das, ich weiß nicht. Du hast dich da, dass ich... Rechts, rechts, sieben, acht. Ja, dreh du mal. Dreh dich oben. Dreh dich oben, drich rechts. Nein, doch nicht rechts. Dreh dich oben. Du hast ja schon so ein Spiel mit Oculus Rift zu spielen. Was ist Oculus Rift? Hier, was schon die Virtual Reality Brille? Boah, das wäre geil. Boah, Alter. Boah, Alter. Das ist das da. Das ist der Scissor-Fant. Will ich jetzt auch mal Infos dazu? Ja. Du warst schade. Oder so. Oder eher nicht. Controller reindrücken? Schade. Aber wieso? Ich weiß nicht. Ist ja irgendwo.